Applaus Ja, guten Abend, herzlich willkommen zum Dreisart Festival. Mein Name ist Pigor, was kann ich für Sie tun? Ich glaube, ich weiß, was ich für Sie tun kann, was Sie von uns erwarten. Sie erwarten von uns Show-Entertainment, Sie erwarten von uns harte Beats und satte Grooves. Sie erwarten von uns aber nicht nur Unterhaltung, sondern Sie erwarten von uns auch Bildung und Bewusstseinserweiterung. Und deswegen wenden wir uns jetzt gleich philosophischen Themen zu. Die Fragen nach dem Sein wollen wir behandeln. Die Kenner wissen es bereits, Fragen nach dem Sein, Ontologie. Martin Heidegger, Stichwort. Martin Heidegger, man nennt ihn auch den Rastermann unter den Philosophen. Ihn versteht kein Schwein, Sie müssen nicht versuchen zu folgen. Aber er klingt einfach fantastisch. Sie werden gleich feststellen, Philosophie ist tanzbar. Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist die Frage nach dem Sinn vom Sein? Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist der Sinn vom Sein? Das Fragen dieser Frage hat als Frage nach natürlich sein. Gefragt es, gefragt es, erfragt es. Und als Fragen eines Seins und selbst den Charakter des Seins. Des Seins. Das Fragen dieser Frage ist ein Seins. Modus Seine Sein, das wir je selbst sind. Das heißt, das Sein, dieses Sein, ist je meins. Je meins. Und in seiner Je-Meinigkeit, worum es diesen Sein in seinen Sein geht. Oh, oh, oh. Liegt ein Charakter des Daseins. Alles so sein, dieses Sein, ist primär Sein. Daher drückt das Wort Dasein, nicht Sein. Wasser aus wie Tisch oder Stein. Nein, nein. Dasein ist Sein, das ich in seinem Sein verstehe, zu diesem Sein verhält. Und seine Wesensstruktur, das in der Weltsein, werft die Frage auf. Nach der Weltlichkeit der Welt. Oh, oh, oh. Nach dem Umhaften der Umwelt. Nach der Inhalt des Inseins. Nach der Weltlichkeit der Umwelt. Der sogenannten Umweltlichkeit. Der ganze Zeug in seiner Zeuganzahl. Denn zum Sein von Zeug gehört je immer ein Zeug. Ganzes, darin ist dieses Zeug, sein kann, dass es ist. Ne, das wird jetzt soweit. Machen wir lieber alle. Heidegger, 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 oh, oh, oh. Ich heide Geräusch in Grund und Boden Heide Geräusch den Schwarzwald rauf und wieder runter Heide Geräusch die Hoden und marogen Schädel auf Heide Geräusch die Wand entlang Heide Geräusch so klein Heide Geräusch zurück auf Anfang Auf die Frage nach dem Sinn Nach dem Sinn, nach dem Sinn, nach dem Sinn vom Sein Nach dem Sinn, nach dem Sinn, nach dem Sinn vom Sein Nach dem Sinn, nach dem Sinn vom Sein Da hat er, hat er, hat er Heide Geräusch wieder mal recht Da hat er, da hat er Heide Geräusch wieder mal recht Da hat er, da hat er Heide Geräusch wieder mal recht Da hat er, da hat er Heide Geräusch wieder mal recht Heidegger, Heidegger, oh, 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 oh Applaus